... ... ... Also wenn ihr sechsmal euren Haustürschlüssel verliert, schaut mal nach, ob ihr nicht zufällig unter dem komischen fliegenden Stein liegt. Wo auch sonst? Es gibt keinen logischeren Ort als dem. Mh... ... ... ... ... ... ... So, ich war jetzt meiner Meinung nach lang genug im Feuertempel, nämlich ne Stunde ungefähr. Jetzt hab ich auch kein schlechtes Gewissen mehr. Wenn, da sitzt der Master-Schlüssel drin! Nöööö... ... 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 Das ist der Zeitknopf, nicht der Schildknopf. Ich hätte jetzt gerne einen Remix davon. Der einfach nur hier dumm rumsteht und tanzt. Das wäre nett. Ich würde das Video an dort posten. Das wäre ganz cool. Ich würde es mit ganz vielen Wupp Wupp. Weil man kann ja nie genug Wupp Wupp haben. Wupp 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 Wupp. Noch eine neue Fee. Ich habe ja meine schon wieder verloren. Banda Fía oder so. Was ist mit Milch? Milch ist cool. Und lecker. Und gesund. Ich glaub ich war überall. Was sagt denn die Dungeon-Karte? Da wo ich jetzt bin, gibt's irgendwo noch so'n kleinen Mini-Raum, okay. Und bei F5, wo ich keine Ahnung hab was ist, ist auch noch ein Weg. Willkommen! Ja! Ich saß immer sooo... Immerhin 3. Ich dachte das würde funktionieren. Hüttenberg. Also wenn zum Beispiel sowas auf einmal passiert, ne. Schwebelink. Nicht wundern. Einfach nicht wundern. Einfach fröhlich nicken und akzeptieren. Oder ich unendlich Pfeile dann so'n Scheiss hab. Hat alles was mit ner Rombux zu tun. Ich geh jetzt einfach zu Volvagia. Ich glaub es hackt. Oh Gott Volvagia. Oh Gott Volvagia. Wie lange hab ich Volvagia schon nicht mehr gemacht? Willkommen zurück. Prinzessin. Übrigens, als du weggegangen bist, bin ich gestorben. Genau im selben Moment. Ich geb dir die Schuld. Ich hoff du weißt es. Kannst du von mir aus machen. Nicht wunder, wenn ich den Master-Quest ein bisschen... ... naja, hmmm. Jetzt glaub ich doch mal den Stahlhammer für den Boss. Das weiß ich gar nicht mehr. Er hat mich mit seinem Stachel berührt, oder mit seinem C? Was nettlich ist hell. Alter. Ernsthaft? Der Boss macht mich doch kaputt. Controls Blizz. Spielt Blizz! Spielt Blizz. Ich habe wohl Wagier viel zu lange nicht mehr gemappt. Ich hab's langsam wieder. Feuer? Hörst du auf Feuer zu spucken? Das tötet Menschen. Gantos Phantom ist leicht und macht wenigstens Spaß. Weil ich mag dieses Zeug umherschleudern. Ich mag diese Lichtkugel mit dem Schwert umherschleudern, deswegen liebe ich auch den Endkumpf in diesem Spiel. Der erste Phase ist eigentlich auch leicht, finde ich. Also ich mag den Kampf hier im Allgemeinen. Wieso konnte ich jetzt nicht mit Pfeilen abschießen? Das wäre freundlich. Au! Das war Cheaten. Ganz traf. Und Klügerin. Wuh! Mit ein bisschen Übung geht's doch wieder. Uhh Das habe ich jetzt nur geschafft, weil die Prinzessin an mich geglaubt hat und meine gute Fee war. Nur deswegen ging's noch gut. Also ich sag's mal so, bei dem LP, wie lange hatte ich das Zelda nicht mehr gespielt? Da war mein letztes Ocarina of Time, glaube ich, fünf Jahre her. Um die fünf. Jetzt sagt sie, ja, jetzt ist man einmal nett zu ihr, ne, und dann sagt sie nur, ja, toll, ist man einmal nett. Ich bin nie wieder nett. Das LP ist ein Jahr her und ich glaube, davor habe ich's über drei Jahre nicht mal gespielt, mindestens. Dank sei dir, mein Bruder, ich weiß, was du getan hast, sehr zu schätzen, hab Dank auch im Namen meines Volkers. Du hast dich als würdiger Streiter erwiesen. Ich hab nie an dir gezweifelt. Ich, Darunia, offenbare mich als einer der sieben Weißen und grinse ziemlich creepy. Der Weiße des Feuers. Hättest du... Hättest du was erwartet? Ich denke, das ist was mein Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Bösen seinen Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Nimm dies an dich, Bruder. Das Amulett enthält die Kräfte der Geister des Feuers und der Freundschaft. Friendship! Unser Amulett. Die Kraft der Freundschaft. Elfrenschipo. Unser Amulett. Unser Amulett. Unser Amulett. Unser Amulett. Waren wir doch vorher schon... Ähh... Feuertempel klärt. Und, jetzt haben wir nur noch... Wie viel Tempel gab es? 7? 3? 10.568? 2 irgendwas? Ich hab damit eigentlich Yu-Ki-Oh zitiert mit Friendship, aber wenn du Meidel Pony damit hören willst, dann kannst du das auch gerne machen. Und dann haben wir noch 3 vor uns. Ach, die Hälfte haben wir ja schon. Yeah! Ich weiß schon, wo ich als nächstes hingehe. Ihn scheiß die Wand an, Wassertendl. Ja, FriendshipXMagic war tatsächlich ein Meidel Pony, Zitat, aber... Der Rest war halt... Spiel-Controller-Bliss, danke. Das andere war halt... eine Stu-Gi-Oh. War hier irgendwas? Ich glaub hier war eine Fee. Ja. Jetzt hab ich wieder überlegen, wo gab's die Zora-Rüstung. Ich weiß nicht, ob man die Eisenstiefel herkriegt, aber die Zora-Rüstung entfällt mir gerade. Aber ich will den Ente-Haken, ich will das Bikoron-Schwert holen. Weil das ist supergut. Supergut.